Viel telefonieren. Sachen erklären. Ich gebe dir Tipps. Ich schaue, dass man gesund bleibt. Gesund ist, wenn man nicht mehr schusten. Gute Sachen essen. Salat, Gemüse und Früchte. Fitness machen. Und nicht zu viel Süsses. Hm. Nein. Wenn etwas nichts kostet, dann muss man kein Geld geben. Du bekommst eigentlich gratis.